Ich will jetzt endlich das Kacke im Tor spielen und anbieten, na dann gib Gas, auf was wirst du denn? Ich sag doch immer wieder, ich wäre dafür, dass die Chance wieder 1 zu 8000 ist, dafür aber alles shiny werden kann, wie früher. Das wäre das beste. Keine Loks und nichts, alles kann shiny werden, aber alles ist auch ultra selben. Das wäre schön. Ja, wir haben's, endlich! Wow! Yes! Ja! 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 Geil! Fertig! 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 Junge! Fertig! Was los, Junge? Da ist es! Holy Shit! Ich habe gestern noch gesagt... Boah, Luft! Das habe ich nicht gesagt. Wenn's heute nicht kommt, tauscht das Spiel weg. Ein Glück, da ist es! Da ist es, Leute! Ja! 6.866! Halt's Maul! Oh! Geil! Geil! Hype! 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 Ja, Hype! Es hat Bauts nicht überholt. Holy Shit! Jawohl! Endlich! Äh... Ne, das will ich nicht. Gott sei Dank! Oh Gott! 6.866! Geil! Hype! Hype! Da! Woo! Shiny Kabuto! Und ich habe das Wesen eingestellt! Speichern! Speichern! Spielspeichern! So geil! Oh mein Gott, Leute! Das hat gedauert! Das hat richtig lang gedauert! Wie konnte man denn das markieren? Favorit! Ja! Dem Team hinzufügen! Aus dem Ball holen! Oh! Da ist es, Leute! Das sieht ja aus, ey! Guckt mal! Äußer nicht putzig! Fein! Yeay! Fein! Und noch eins! Ne! Eins reicht! So, ich will nochmal den Dings zeigen, den Bericht! Äh, bricht! Äh, bricht! Wesen froh! So! Oh, er wiegt 10 Kilo! Ich auch! Geil! Sehr schön! Damit kann man endlich, let's go Pikachu, in die Tonne kloppen! Äh, schön! Ich spiele mal jetzt noch in der Woche schön Smash! Weiter! Und dann... Gibt's wohl schon 5, ne? Geil! Ah! 47 Meter ist er! Dein Bein, oder? Ja, mein, mein drittes Bein! So!